Liebe Stepkick-Mannschaft, ich bin Henning Matrizianer vom FC Schalke 04 und unterstütze Stepkick. Stepkick ist eine Challenge, mit der wir Klassen und andere Clubs mit dieser Uhr Bewegung sammeln und Schritte zählt. Denn alle wissen, Ernährung und Bewegung ist sehr wichtig. 1.800 Kinder und 12 Profiklubs nehmen an der Challenge teil. In verschiedenen Bewegungs-Challenges müsst ihr gegen andere Klassen antreten und die erklärt euch Luisa. Und übrigens, wenn die Challenge vorbei ist, dürft ihr diese Uhr behalten. Gemeinsam gewinnen wir Stepkick und holen uns den Pokal. Nehmt ihr die Challenge an.